Warum der Range-XV-Chart oder allgemein nicht zeitbasierte Charts für das systemische Handel besser sind als zeitbasierte Charts und noch vieles mehr, alles in diesem Video. Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema, warum ist für systematischen Handel, schweres Wort, oder Systemhandel nicht zeitbasierte Charts so von Vorteil? Oder warum werden für diese Art von Handel immer nicht zeitbasierte Charts benutzt? Ganz einfach, weil wir immer wieder dieselben Situationen wollen, um statistischen Vorteil zu haben und immer wieder von der gleichen Situation profitieren wollen, was bei zeitbasiertem Trading nicht möglich ist. Das heißt, wir können mit bestimmten Konstellationen, mit bestimmten Filtern von Volumen, Limit Orders, Market Orders, Dynamiken innerhalb einer bestimmten Range halt agieren und können so immer wieder dieselbe Situation traden. Und das ist der große Vorteil, weil wir einen statistischen, mathematischen Vorteil haben. Und das ist der große Unterschied beim Systemhandel zum normalen Handeln. Was für Systeme man tradet, muss immer individuell auf einen angepasst werden und geschaut werden, worauf man Lust hat. Ist man eher der Typ, der dynamische Sachen traden will, also das heißt, die von euch, die nur kurze Trades machen wollen, bis hin mal vielleicht ein paar Minuten Haltedauer, wo man 20, 30, 40, 100 Ticks in schnellen Märkten mitnehmen will, dann ist mein RTS-System was für euch. Da könnt ihr entspannt Orders im Nastic hinlegen, es kommt eine schnelle Bewegung, ihr könnt euren Stopp auf Break-Even ziehen und schaut zu, wie sich der Trade entwickelt und freut euch über die Gewinne und könnt das Ganze in der Nachmittagssession, sprich 16 bis 21.30 Uhr deutsche Zeit traden. Für die Leute, die nachmittags arbeiten, macht das natürlich keinen Sinn. Für die Leute ist es besser, wenn man ein System hat, das man auch vormittags traden kann. Dafür ist zum Beispiel mein Mountain Shard Trading, was ich jetzt bald releasen werde, etwas Praktisches, weil man dann auch vormittags und nachmittags traden kann. Das heißt, für die Leute, die zum Beispiel Wechselschicht haben und sonst nur jede zweite Woche traden könnten, bietet sich das Mountain Shard System an, weil man damit dann natürlich in der Lage ist, sowohl vormittags den DAX als auch nachmittags den Dow Jones zu traden, sprich man kann einen ganzen Tag traden. Ist wieder auch natürlich ein anderes Trading System. Für zum Beispiel das RTS Trading System müsst ihr halt eine Software haben, die Footprint-tauglich ist. Müsst ihr jetzt den Footprint nicht besonders gut dafür verstehen können, nur die Basics, das wird euch alles beigebracht in dem Kurs. Das ist kein Hexenwerk, das heißt, wenn man neu ist und den Footprint noch nicht kennt, stellt das Ganze kein Problem dar, weil man einfach mit dem RTS Trading System alle Basics lernt und man halt optisch, akustisch im Chart sieht, wann ein potenzielles Setup da ist und man dann nur kurz gucken muss, passt das nach den Regeln und im Laufe des Jahres das sogar noch vollautomatisiert angeboten wird. Da auf der anderen Seite haben wir das Mountain Shard Trading System. Das ist ein Trading System, was ja auch rein auf End, also auf Close Linien Chart beziehungsweise Mountain Chart basiert. Das ist ein optisch natürlich sehr entspanntes Setup oder Trading System für die Augen, weil wir nicht die ganze Zeit auf die ganzen Zahlen im Footprint Chart gucken müssen, sondern wir sehen einfach nur einen Linien Chart. Das ist halt ein ganz, ganz stark mathematisch abhängiges System. Dort machen wir immer wieder dieselben Trades. Da gibt es keinen, jetzt machen wir keinen Trade oder nicht. Wir müssen irgendwas beachten. Wenn der Indikator BÜB macht, er zeichnet eine Linie ein, wissen wir, das ist unser Entry-Bereich. Wir legen unsere Order händisch hin. Wird auch später in des Jahres noch vollautomatisiert möglich sein. Aber erstmal händisch, damit man, man muss das Ganze verstehen, wie das Ganze funktioniert und muss von Hand Orders in den Markt legen können. Das ist quasi ja das Ziel oder warum das Ganze gemacht wird. Bedeutet, System verstehen, man hat trotzdem automatisiert seine Alerts, Trades legt man noch von Hand hin und später kann man das Ganze vollautomatisiert machen lassen. Das ist halt das Mountain Chart Trading System für Leute, die vormittags und nachmittags traden wollen. Ein extrem optisch simples Setup haben wollen, wo man, was nicht so augenintensiv ist, wo man vormittags einen Markt tradet und nachmittags einen anderen Markt tradet und das Ganze nebenbei laufen lassen kann, weil wenn ein Alert kommt, legt man seine Order hin und das war's. Dann wartet man, dass man ausgeführt wird und muss nur kurz schauen, dass man am Ende des Tages nicht noch irgendwelche Orders im Markt hat, schließt die kurz. Wenn man jetzt irgendwo noch eine Alert hatte, wo man eine Order platziert hat und dann merkt man, oh, wir nähern uns Tagesende, dann muss man die Order noch schließen. Mehr muss man da quasi nicht machen. Das heißt, es ist ein sehr angenehmes und relaxes System, um neben der Arbeit zu traden, weil man halt die kompletten Feedbacks hat. Und wenn man ein bisschen größere Strecken mitnehmen will, ein bisschen mehr Action haben will, nachmittags, dann bietet sich das RTS Trading an, was natürlich auch auf mehrere Märkte anwendbar ist, nicht nur auf dem Nasdaq, aber die Performance im Nasdaq ist halt absolut legendär gut. Fragt gerne mal rum bei Patreon, was die Leute davon halten, die das System schon haben. Jeder ist begeistert. Die Performance ist unglaublich gut. Wir haben das jetzt zwei Wochen im Live-Einsatz, zwei Wochen im Live. Jeder hat über 100 Ticks plus im Schnitt gemacht. Waren Tage dabei, wo wir 300 Ticks plus gemacht haben. Also das ist ein sensationelles, alles nur im Nasdaq, ein sensationelles Ergebnis für das RTS-System und so läuft das jetzt permanent weiter. Das ist die Power-of-Systemhandel. Und wer dasselbe möchte, nur halt optisch nochmal vereinfacht, mit schicken Alerts, der kann das Ganze dann im Ninja-Trader oder in Atas traden. In Atas sind die Alerts nicht vollautomatisiert. Das heißt, da muss man händisch minimal mehr machen. Wenn man alles im Hintergrund laufen lassen will, dann läuft das Ganze über Ninja-Trader. Eine vollwertige Atas-Version wird Ende des Jahres aber auch noch kommen. Sprich, jeder, der das Mountain-Chart-System in Zukunft erwirbt, bekommt auch automatisch sämtliche Updates für die Atas-Version kostenlos dazu. Das gleiche gilt auch für das RTS-System. Sobald das RTS-System für den Ninja-Trader rauskommt, bekommt auch jeder, der möchte, die Version kostenlos für den Ninja-Trader. Sprich, man kann das Ganze in Atas und im Ninja-Trader traden. Das so zum systematischen Handel. Dann wollte ich noch kurz einmal auf Range-XV-Charts eingehen, weil hier doch einige Fragen kamen, wie man denn das Ganze für sich nutzen kann oder was typische Range-XV-Setups sind, die man traden sollte. Und das Ganze will ich euch mal an diesem Bild hier veranschaulichen, weil das ist genau das Praktischste. Also, wir haben eine Abwärtsbewegung, wir haben ein Pullback. Und was haben wir dann? Wir haben einen Bereich, der angetestet wird, wo die Bewegung auffällt. Wir haben ein Overshoot mit Exhaustion. Wir haben starkes Front-Pushing und einen Dynamikwechsel. Das ist das klassischste Updates-Setup. Das sieht genau so aus. Ihr müsst euch einfach hier ein Screenshot machen, ausdrucken und tradet das. Und dann gehen wir einfach mit Schlusskurs hier rein. Stop hier drüber, das ist unser Stop. Und da muss man natürlich erkennen, wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier unten im Boden bildet, will nicht weiter, dann wäre das jetzt in dem Fall ein Break-Even-Trade. Aber auch das hier wiederum wäre unser Long-Setup. Wir haben hier ein schönes Tief. Das Tief wird sehr gut gehalten. Wir schließen wieder schön darüber, haben hier eine schöne Ablehnung, haben hier eine schöne Exhaustion, haben schön viele aggressive Käufer, die reinkommen. Und das wäre quasi unser Setup. Und dann hier oben wieder der Bereich, hier würden wir den High-Volume-Breakout-Traden. Mit Stops dann hier drunter. Das wären auch Setups. Natürlich, jetzt haben wir hier die V-Vaps und alles. Sollte man natürlich nicht durchtraden. Das muss man immer dazu sagen. Niemals durch Widerstandsbereiche wie V-Vaps, also Value Area High, Low, V-Vap oder Tages-Pock durchtraden. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Oder durch Iceback-Orders nicht durchtraden. Das sind so Sachen, Basics, die muss man immer berücksichtigen. Das gilt für alles im Trading. Nicht nur explizit jetzt für Mountain Shards. Wenn wir solche langen Bewegungen haben, hier jetzt reinzukommen, das geht mit RTS nicht. Da wird man einfach immer nur dem Markt hinterher springen ohne Setup. Das darf man natürlich nicht machen. Das heißt, wenn man sowas wie jetzt Range-XV-Chart tradet, die Stärke vom Range-XV-Chart ist Breakouts und Abpraller. Sprich Pullbacks von Leveln, Pullbacks auf Tiefs oder Breakouts aus Bereichen, wie hier oben, wo wir starke Ablehnungen hatten. Das ist die Stärke von den Charts. Und das ist ganz, ganz wichtig. Alle Darstellungsarten, ob es jetzt zeitbasiert, Range-Tick, Volume-basiert, gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man sich Charts anzeigen lassen kann. Alles hat für bestimmte Bereiche im Markt seine Vor- und seine Nachteile. Und das muss man lernen und verstehen, in welcher Situation es sinnvoll ist, welchen Chart zu benutzen und warum. Oder sich am besten, damit man nicht dieses Mischmasch hat mit tausend verschiedenen Charts, auf ein bis zwei Chart-Darstellungsarten zu konzentrieren. Am Anfang immer auf eine. Und darauf seinen Fokus zu legen und dann auch nur stumpf die Setups zu traden, worin man halt den Vorteil in der jeweiligen Situation hat. Zum Beispiel Range-XV-Charts, Abpraller. Ganz klar. Und High-Volume-Breakouts aus stark abgelehnten Bereichen. Das ist ganz klar. Auf Range-basierten Einheiten, wie sowas, ist das der Vorteil. Dann wiederum ein reiner Range-Chart, ist zum Beispiel sehr gut für Continuation-Setups usw. Das heißt, das Ganze muss man lernen und verstehen. Und dann kann man aus jedem verschiedenen Chart, den man hat, seinen Vorteil ziehen und damit vernünftig traden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, alle Fragen konnten beantwortet werden. Ich werde nächste Woche, jetzt bin ich endlich wieder fit, zum Glück, werden die ganzen Videos kommen vom RTS-System. Ich habe schon viele Fragen dazu bekommen. Nächste Woche werden wir mal ganz viele Trades durchgehen vom RTS-System. Ich werde euch eine Beta zeigen vom Ninja-Trader-RTS-System, dass ihr schon mal so ein bisschen was da seht. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen zum Mountain-Chart-Training-System habt, dazu kommt am Montag nochmal ein Update-Video. Ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten, bis bald, macht's gut und habt ein schönes Restwochenende.